Wenn wir einen Film gucken, dann nur ein Tierfilm, ja, irgendwas pädagogisches, also mit Lerneffekt oder aus den 70ern, da war die Welt noch in Ordnung. Was haben wir geguckt? Der weiße Hai. Ich habe völlig ausgeblendet, dass der weiße Hai gar nicht über visuelle Dinge funktioniert, also über Optik, sondern über Akustik. Sobald irgendeine Szene kommt, wo die fällig wird, hörst du... Ich habe die Augen zuhört, die klemmt trotzdem zusammen, ich denke, scheiße, Film abgebrochen, ich denke, brichst du ab, aber das ist egal. Einmal, wenn ein Kind einmal so etwas gehört hat, ist das im Kopf, das vergessen sie nicht. Wir haben gespielt wie die Weltmeister, ich denke, irgendwann muss sie das vergessen. So, sie musste sich Bettfertig machen, ich sage, komm Mäustin, Mutti hat auf den Zettel geschrieben, duschen. Nein, kein Wasser, kein Wasser!